So, da bin ich wieder. Merke niemals auf das Fragezeichen klicken. Ich hoffe, er lädt jetzt halbwegs vernünftig schnell. Dabei wollte ich eigentlich nur erreichen, dass ich das machen kann, ohne mich da durchklicken zu müssen. Der braucht jetzt immer einen Moment, bis er es hinbekommt, alles zu laden. Jetzt geht die Redstone aus. Ich würde sagen, wir hatten hier noch mal mehr Deep-Storage-Dinge. Das sind noch ein bisschen buggy. Fünf Stück. So, was brauche ich noch? Crafting-Terminal. Eisen und wieder Glas. So, jetzt könnt ihr auch mal sehen, wie ich hier ein bisschen XP bezahlen musste, um runterzukommen. Und auch für wieder hoch, finde ich persönlich eine doofe Sache. Ich finde es prinzipiell richtig, dass Teleporter, äh, dass Sachen ein bisschen was kosten sollen. Diese Aufzüge sind auch eine unheimlich geile Alternative zur Leiter, einfach weil sie cooler aussehen. Auch reihe ich eigentlich hin. Und dann jedes Mal dafür bezahlen zu müssen, ist eigentlich echt doof. Das stört mich so ein bisschen. Wenn ich jetzt sagen würde, die Rezepte würden ein bisschen angepasst, dass man da vielleicht Eisen verbraucht oder sowas, dass man die Dinger nicht wie selbstverständlich macht. Man kann ja okay, aber jedes Mal kostenlos, finde ich persönlich total ätzend. Was kann ich hier nochmal raus? Ich kann hier jetzt in Drag-Tex-Sachen schon wieder rauslegen, nicht? Hier brauche ich momentan sowieso nicht. Und einmal hier, komm her. Crafting-Terminals haben wir damit auch. Jetzt hätte ich noch gerne Basic-Import was. Basic-Import. Magst du ein paar Sticky-Pistons machen? Ja. Das müsste ja nicht recht gut gehen. Wir haben ja das, weil wir haben Slime irgendwo oben da. Ja. Ja. 5 wäre, glaube ich, gut. Was mache ich hier eigentlich gar nicht dabei? Ist das richtig? Ja. Ich verlege, ob ich auch noch bei Export was brauche. Das glaube ich nicht, weil ich erstmal die ganzen Verarbeitungen soweit nicht automatisieren will. Von daher passt das soweit wohl. Oh, ich werde nochmal Glas brauchen. Nein. So, wollte ich nicht. Verdammt. Ach, verdammt. Ich will auch nur in die Kiste springen. Mann. So. Noch schon mal grob, wie sich Cover machen ließen. Ne, das wollte ich nicht, ich wollte schon wissen, wenn ihr auseinanderschneidet. Ja, vielen Dank, sehr schön, da haben wir die, und dann machen wir davon noch so viel wie möglich. Und dann bräuchte ich noch einmal einen Diamanten und... Was ist das denn mittlerweile von Anzeichen? Weißt du was, diese komische Anzeige links weiter der Project Benches? Hm, dieses komische Dings ist, ähm, Rezepte einzulesen. Aha. Okay, was auch immer. Also du kannst es wie früher bei Red Power, ähm, so Papier und es dann als Rezept lesen. Schade, man kann Limestone Bricks nicht kleinschneiden. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also ich möchte das Verkleiden von Kabel ein bisschen schwierig machen, aber ich... Wobei auch wir müssen, weil ich so ziemlich alles aufbauen kann. Kommen sie mal mit. Er hatte das ja einfach schon mal angefangen. Oh, magst du von drüben noch die Harden Energy Conduits holen? Jupp. Die brauchen wir hier nämlich vor allem. So. Vielen Dank. Na, kommt her, Jungs. Dann kommt nämlich hier die Capitator Bank dazwischen. Und da kommt dann der Energieanschluss. Das heißt, hier müsste sich jetzt genau... So, da sammeln sich RF. Wir produzieren... Wie viel produzieren wir denn? Ich glaube bis zu 80 mal... Wie viel hatten wir hier? 5, glaube ich. 6. 8 mal 6. Ah, das... dürfte erstmal reichen. Dann können wir eben nach den, äh... die Drives mitnehmen, die du gebaut hattest. 1, 2, 2, 3, 4... Das ist jetzt auch das, was ich hier mitnehmen will. Und ab nach unten. Da kommt es dann nämlich raus. Dann kann hier der Controller hin. Dann kommt sicherheitshalber ein Kabel dazwischen. Also ich denke mal ein Dark-Kabel überhandeln, um das Ganze ausschalten zu können. Und... Dreimal Drives. Und ein Terminal da drauf. Wo man da ran kann. Und theoretisch gesehen müsste das jetzt schon Strom haben. Zumindest so lange es in der Lage ist, mit RF zu arbeiten. Hat es aber nicht. Warum so? Da kommt hier nichts an. Doch, er arbeitet. Ja, wo es fährt dann der Capitator Bank den Ausgang zu bestimmen. Äh... Der braucht ja jetzt, äh... Die, äh... Dass man das festlegen muss. Das ist totaler Blödsinn. Oder habe ich ein Ehrpisch. Aber hier hätte ich hier nicht irgendwo an die Rancher mich gleich oben liegen lassen. Genau. Weißt du denn, wie genau ich das machen muss mit dem Bestimmen? Ähm... Du klickst auf den Ausgang, der ist blau. Wenn er blau ist, ist... So wie gesagt, der Eingang. Wenn er rot ist, ist... Orange ist das Ausgang. Und das andere weiß ich nicht, was das bedeuten soll. Aha. Oranges Ausgang, sagst du? Jupp. Oh ja, jetzt kommt Energie dort an. Sehr schön. Und dann schauen wir doch mal, wie gut das Ganze funktioniert. So. Und jetzt können wir uns den Spaß machen und ganz viele Dinge da rein tun. Aber erst einmal möchte ich eigentlich heute einen Haufen Crafting-Terminals verteilen. Ähm... Wie viel Kabel habe ich? Ja. Was doofe ist... Ich kann mich in Limestone nicht hinstellen und die verstecken, weil es keine Limestone-Cover gibt. Was machen wir da? Oder... Kann ich Granit zufällig... zersägen? Oder weißt du, ob es mit irgendeinem Mod eine Säge gibt, die das zerlegen kann? Glaube nicht. Mal nachfragen. Was gibt es denn so überhaupt an Sägen? Es gibt hier noch welche. Ich habe es jetzt genommen. Forge Micro Blocks. Vielleicht könnte... Project Red das... Ich baue die mal. Ich glaube, das Material dafür müsste ich hier oben und wo noch haben. Und... Stone Covers oder so. An der Zeit bei Limestone. Nö, kann das auch nicht. Schade eigentlich. Dann werde ich mir... Ha, ich habe eine Idee. Und zwar können wir das Ganze... Also spüre ich mal die ganzen XP weg. Das ist auch noch nicht das Wahre. Der Tank kann ich drunter eh erstmal weg. Er speichert sich netterweise auch, was er drin hat. Ähm... Ups, jetzt habe ich ein Stück der Außenwelt abgebaut. Das heißt, das kann dann sowieso eigentlich weg. Theoretisch gesehen, weil das dann wieder da aufgebaut wird. So, wir lagern unsere Erfahrungspunkte mal ein. Und zwar, wenn ich... Da ein Kabel hinbaue, sieht das gar nicht so schlecht aus. Und dann legen wir das hier hinten lang. Weil wir sind hier im Keller. Scheiß drauf. Ich mach's einfach so, dass man das hier durch den Raum sieht. Das wird so... Ich glaube, der Keller wird das sowieso so funktionieren, dass man hier nicht mehr reingeht. So, dann ist das schon mal angeschlossen. Dann kommt hier ein Access Terminal hin. Kann man nämlich... Oder das Crafting Terminal. So, dann kann man nicht von hier aus da ran. In der Ecke mach ich einfach so. Erstmal ein Block hin. Und dann passt das wohl. Die Säge kann da auch mit rein. So, den hätten wir. Nummer 1 steht. Nummer 2 soll eigentlich... Der kommt hier hin. Dann kommen wir nämlich auch in vergleichbarer Nähe raus. Mist, ich hab mich eingebaut. Verdammt. Das war nicht gut. Das muss ein bisschen anders. Erst die da hin. Dann kann ich hier wieder raus. Und da muss ich irgendwo noch Kabel anschließen. Du kannst übrigens, weil du willst gerne schon anfangen, dir Kisten zu nehmen und die Dinge davon da rein zu schmeißen. Damit wir dann auch sehen, wie viel wir wohl noch so ungefähr brauchen an Storage-Dingern. Und da sollte jetzt auch Strom sein. Und da ist auch Strom sehr schön. Was theoretisch gesehen, könnte ich mir vorhin hier aus zum Beispiel Dinge nehmen und da wieder reinwerfen. Und ich befürchte mich, wir werden das Ding echt schnell voll haben. Und das nächste Terminal soll ich hier gerne noch mit hin. Hat aber das Problem... und das Video Elvis begebe zur Aufteilung... Ich magANT mal mit dieser Kopf. Ich beginne los... Das müsste dann ja hier irgendwo hinterher sitzen. Das müsste dann ja hier irgendwo hinterher sitzen. Das müsste dann ja hier irgendwo hinterher sitzen. Ich bin nicht jetzt gelandet und bei uns heute schon wieder Blockupdate-Probleme. Pisten vom Dachboden hoch? Dachboden, Dachboden, ja. Das soll alles irgendwann da rein. Oh, hier bin ich sehr schön. Das heißt, wir können auch ein Stück weiter hier hin. Das heißt, dass wir nicht überstehen, dass wir nicht überstehen. Das ist ein Stück weit weg, das ist ein Stück weit weg. Und jetzt haben wir die ganze Zeit geschah. Wir müssen das einmal weggehen. Wir müssen das einmal weggehen. Wir müssen das Stelle hin. So, Terminal ist da und sollte funktionieren. Magst du mal ein paar von den, äh, Black Bricks Dingern da reinwerfen? Von denen, die ich da mal verwende? Ich glaube, die hat er nämlich jetzt noch nicht. So, ich bin wunderbar. Jo, vielen Dank. So, und das hier sieht nämlich nicht ganz so doof aus. Und die konnte man wahrscheinlich auch nicht zersägen, oder? Aber davor könnte man Fassaden machen. Doch, die kann man zersägen. Oh, geil. Jetzt habe ich viel zu viele Cover. Naja. Mist, wie kriege ich den denn jetzt? Warte, so muss das doch auch gehen. Super, aber die Cover funktionieren gar nicht mit den AEE-Sachen. Wie mir scheint. Ja, die funktionieren damit noch nicht mal. Na toll. Magst du mal mehr Gravel da rein tun? Ja, das ist mal eine XP, oder? Äh, es müssten eigentlich noch Flaschen da sein. Stimmt, die waren Basic Cobblestone Pipes und Glas und Cobblestone und sowas. Das heißt, ich kann sonst auch mal eben einmal selber rennen für das, was ich brauche. Äh, ME-System ist voll. Ja, das hatte ich irgendwie befürchtet. Ach, warum haben wir auf einmal einen Haufen Schuhen hier oben stehen? Weil die alle leer sind. Was ist denn, stell die doch nicht in die Landschaft. ME-System ist komplett voll, ja. Das heißt, du weißt, was du als nächstes zu tun hast, nämlich mehr Truhen organisieren. Äh, mehr AEE-System organisieren. Wir haben ja noch ein paar Chips dazu. Jo, kannst du dich direkt an die Arbeit machen. Denn am besten auch der erste Mal direkt ein Cast-Darge zählen. Die dürften vollkommen ausreichen. Hm. Und wenn du noch irgendwie Zeug dafür brauchst, oder sowas, sag Bescheid. Hast du die Glücksspitzhacke einstecken? Jep, die habe ich immer einstecken. Wir haben keinen Sessor-Squads mehr. Haben wir noch Roh-Sessor-Squads? Ja, also hier mit Blöcken. Warum? Wo denn? Ich habe keine Hand. Ich komme. Pack mal hin. So, den Packen. Dafür gibt es auch leider keinen Weg, das per Maschine schön effektiv zu machen. War das alle? Jep, 1,12 Stück. So, bitte schön. Da liegt es. Danke. Hey. Und jetzt doof? Oder musste man die... Ach, das war ein Shapeless-Craft-Wasser. Ich dachte, das muss man auch hier drin machen. Ah, das kann ich auch hier drin machen. Gibt es leider als Fassaden nicht. Gibt es leider als Fassaden nicht. Okay. Nicht mehr Platz da. Sehr schön. Okay, die gehen die nicht. Wie viel von dem... Hast du denn das noch? Den Zettosquad ist das. Der ist im System wieder. Sehr gut. Oh, hier ist noch ein Redstone. Oh, hier ist noch ein Redstone. Das ist noch ein Redstone.